Die Arbeit, die wir gemacht haben, war uns sehr wichtig, dass wir versuchen, die Schauspieler selber dazu ermutigen, sehr viel von sich selbst reinzubringen, in die Geschichte einzubieten. Und wir benutzen dieses Material und haben versucht, es weiterzuarbeiten. ... ... ... Ich bin Römenakim. Ich bin Römenakim. Ich bin Römenakim. Ich bin Römenakim. Denkst du ein bisschen aufsaget? Du bist der Vater! Du bist der Vater! Du bist der Vater! Wenigst du, bitte! Bitte, bitte! Bitte! Das ist wirklich nicht wahr! Bitte, bitte! Oder du hast du sehen, andere? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich will nur wissen, wie es möglich sein kann. Vielen Dank.